Musik Open Source oder kommerzielle Software? Wie weit sind wir in der digitalisierten Bildung schon in Deutschland vorangekommen? Wie können wir die KI-Lehre auch noch anwendungsnah gestalten? Musik Mich freut es richtig, dass auch bei schlechtem Wetter einfach richtig viele Leute aus unserer Community zusammenkommen. Das war das Ziel der heutigen Veranstaltung, dass wir ganz informell einfach uns treffen, um ein bisschen uns auszutauschen dazu, wie wir gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten können. Musik Wir haben hier eine Community zusammenbekommen, trotz widriger Umstände, Interesse, Lust hatte mit uns, diesen Ort willkommen zu heißen, im Austausch zu sein, neues Miteinander zu teilen und dass da so ein Spirit trotz aller schwierigen Wetterverhältnisse zustande kommen konnte. Das ist großartig und macht Lust auf mehr. Musik 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 Musik